Hallo, hier ist wieder der Brenn von pwplay.de und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge Minecraft Daily. Und wir haben ja beim letzten Mal unseren Pferdesteuer gebaut und müssten jetzt nochmal ein paar Steine besorgen. Und das werden wir auch heute tun. Ich glaube wir sind... Ne, in den Gang sind wir nicht. Wir sind in den Gang reingegangen, ne? Genau. Mit, äh... Mit... Ah, hier ist Kohle. Nehmen wir mal mit. Ich weiß, ich wollte die nicht mehr alle mitnehmen, aber... Die mündet sowieso im zweiten Gang dann. Im Nachbarngang. Ich ziehe den auch noch weg. Und den. Und den. Da wird mich nachher der Gang dann eh weitergezogen. So. Ui. Achso, hier ist dieses Kiesbett. Ja, okay. Das schaufeln wir uns mal weg. Da ist auch schon wieder Kohle. Lassen wir aber, glaube ich, in diesem Fall mal weg. Und wir werden heute mal ein bisschen wieder Ressourcen angammeln. Denn wir haben nicht mehr viele Steine, glaube ich. Und, äh... Ja. Vielleicht finden wir auch nochmal ein paar Diemanden. Ah, ich müsste hier alles an Kohle mitnehmen für die Erfahrung, hätte mir gerade zu ahnen. Das war ja üppig. So, ich stelle mal hier eine Fackel hin. Das Licht, deswegen. Und da kommen wir wieder aus. Okay. Achso, das ist der Nachbarngang. Okay. Das sind die Dias. Ja, an Diamanten würde es uns eigentlich nicht mangeln, hätten wir eine Glickshacke. Die wir leider nicht verzaubern können. Also, was die Erfahrung angeht, haben wir echt... Oder was die Level angeht, haben wir echt irgendwie Probleme. Ach, das ist doch nochmal. Das war ein ziemlich lautes Hirngeräusch, wie gesagt. Vielleicht ist es mal sogar eine Minecraft-Bahn. Ah, wo sind wir? Da. Und. Okay, dann setzen wir mal meine Darn-Fackel hin. Gott, ey, ich hab das gar nicht alles weggeschaufelt hier mit meiner Schippe. Die sind bestimmt gleich wieder kaputt, hab ich noch getragen. Ich hab noch eine zweite gebaut. Sehr gut. Guter Junge. Ja. Was gibt's sonst noch Neues? Ja, privat hat sich noch nicht viel geändert. Aber ich denke auch, dass sich da jetzt erstmal nichts mehr ändern wird. Das wird jetzt hier bleiben, dass ich hier halt wieder für mich wohne, mehr aufnehmen kann eigentlich. Also, für euch im Prinzip was Gutes. Auch wenn es für mich jetzt nicht so geil ist, ehrlich gesagt. Aber okay. Im Großen und Ganzen, wenn man das mal objektiv betrachtet, ist die Situation eigentlich fast besser. Also zumindest in gewissen Punkten. Hat halt alles immer Vor- und Nachteile, ne? Ihr kennt das. Ihr kennt das, Leute. Ja, äh, ansonsten hab ich mir Dragon Ball Xenoverse gekauft. Ähm, hab da mega Bock drauf. Hab noch überhaupt nicht gespielt, weil ich direkt mit der Aufnahme quasi starten wollte. Oder vielleicht einmal kurz vorher die Einstellungen und so ein Kram einmal kurz starte. Aber groß zocken wollte ich jetzt eigentlich vorher nicht. Äh, und ich hab mega Bock. Und da, ich denke, da wird jetzt in den nächsten Tagen auch ein Let's Play dann zu starten. Und ich hoffe, man hört jetzt den Wind nicht so, der hier von der Seite ein bisschen reinpfeift. Und möglicherweise hat das Mikro ein bisschen tangiert. Ich muss hier halt ein bisschen gegenreden. Ich kann's jetzt leider nicht zumachen. Weil ich dafür aufstehen müsste. Ich hab mich grad schon verrenkt und mal geguckt. Aber das wird nix. So. Jetzt würde ich mal gern wissen. Ist das jetzt der Diagang? Ja. Ach, hier bin ich auch. Nee, Moment. Hier wird der Gang. Okay. Nochmal hier. Hier mal eben zu. Das war da ordentlich durch. Wir lassen die Löcher jetzt offen. Ich hab jetzt auch keinen Bock, um die alle zu schließen. Das ist ja auch Quatsch. Ich lege mir jetzt nur hier wieder meinen Weg an. Und damit wir hier hoch können. Aber da guckt die drei nochmal jetzt zu. Und den einen hier nochmal weg. Ja, voila. Und weiter im Text. Weil das verschwindet immer haufenweise Steine. Wenn wir das alles zumachen. Und es wurde ja auch schon öfter angemerkt, dass das eigentlich ja Quatsch ist. Ich hab's halt nur gern ordentlich. Sag ich ganz ehrlich. Das ist eigentlich der Grund, warum ich das mache. Aber ich bin ja so ein Penny-Bildchen. Ihr wisst das. Wer das Let's Play guckt, der weiß das. Ähm, ja. Und deswegen hab ich halt auch gerne Ordnung bei den Gängen. Aber wir lassen jetzt die Höhlen einfach so, wie sie sind. Denn wir wollen ja auch, hab ich ja auch heute sogar extra gesagt. Wir sind ja zum Steine sammeln hier. Unter anderem. Aber wenn ich auch nicht mehr so viele Steine habe. Und wenn ich jetzt immer wieder alle Löcher zumache. Pum, pum. Ja, hier gut. So, kleine Löcher können wir natürlich schließen. Zumindest den Boden. Ähm, wenn ich alle Löcher zumache, dann verliere ich natürlich auch mal haufenweise Steine. Effizienz. Okay, ich warte mal grad gucken, was die Hacke hat. Und das können wir glücklicherweise, wenn ich jetzt hier mal rauskolle. Effizienz 2. Da seht ihr das schon. Eisenhacke und Effizienz 2. Ist nicht fett, aber besser als gar nichts. Müssen eigentlich nochmal im Neter eine Runde Quarz fahren. Ui. Achso, hier war... Ah, okay. Ja, verstehe. Da waren wir in dem Nebengang schon mal. Da können wir hier auch die Zwischenwände auch mal wegreißen. Dass wir da anständig hin und her können. Das ist ja sonst auch morx. Und es gibt ja alles Steine. Steine, Steine, Granit. So, das wäre jetzt der hier. Zim. Und weiter. Ach, ist die schöne Musik. Hab ich echt eine gute Sache ausgesucht. Oh, der war zu viel eigentlich. Aber ist egal. Zack. Ja, äh, was... Ach, hab ich noch gar nicht erzählt, ne? Seht ihr schon längst? Oben rechts natürlich. Sechs Minuten... Oh. Jetzt ist hier hinüber die Hacke. Hier haben wir mal die Standard-Eisenhacke hier. Ähm, oben rechts seht ihr jetzt die Karte. Ja, und zwar hab ich die, äh, eigentlich fürs Village aktiviert. Fürs, äh, Let's Play Together. Minecraft The Village. Wo jetzt auch... Wo ich gleich wahrscheinlich was alleine aufnehmen würde. Damit was kommt. Äh, heute ist zwar geplant, den Enderrafen zu legen, aber ich weiß noch nicht, ob ich da sicher mit bin. Oder mit kann. Von... Wegen mir aus. Vom Dorf her könnte ich da hin. Ähm, ja, und... Wie gesagt, da hab ich die Karte aktiviert. Und man kann das leider nicht separat machen. Das ist halt für die Mod die Einstellung und nicht irgendwie getrennt pro Welt oder was weiß ich. Und deswegen lass ich die jetzt einfach auch an. Es ist nicht so eine große Hilfe. Ich hab den Radar ausgestellt. Also wer, wer Voxel-Map kennt, ups, da ist einmal die Weltkarte übrigens auch. Äh, wer Voxel-Map kennt, ich zeig dir das mal kurz, da gibt's so ein Radar. Und zwar kann man den anschalten. Und hier kann man's schon ganz leicht sehen. Mach mal kurz, äh, zurück. Mach die Karte mal groß. Hier, da sieht man hier zum Beispiel ein Skelett, ein Zombie. Die sind dann zum Beispiel an den Stellen. Und, äh, das finde ich irgendwie... Das geht schon in Richtung Cheat wieder. Genauso wie der Höhlen-Modus. Der zeigt mir nämlich schon an, wo Höhlen sind. Und wo ich theoretisch rein könnte. Den Höhlen-Modus würde ich sogar noch aktivieren vielleicht. Aber den Radar eigentlich eher nicht, denke ich. Aber ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Vielleicht kennt ihr ja Voxel-Map sogar selber. Und, ähm, könnt ihr mal schreiben, sonst wie ihr das nutzt. Oder was ihr meint, wie ich das einstellen sollte. Ob ich die beiden Features aktivieren sollte oder nur das eine. Nur den Höhlen-Modus vielleicht oder nur die... Nur die Mobs. Weil ich, ne, ich will mir halt hier keinen Vorteil verschaffen. Durch irgendwelche Mods, die ich da installiere. Ist ja eigentlich nebenan, ist ja auch noch gegangen. Ja. Geht noch mal. Ah. Guck mal. Ja, dann machen wir eben hier die... Dreimal frei. Da hatte ich ja ein gutes Näschen wieder. Ein gutes Näschen. So. Kohle nehme ich mit. Haben wir zwar aber nicht Unmengen. Also, es ist nicht so, dass wir nicht Kohle brauchen könnten. Ja, ist so ein bisschen dunkel hier, ne? Da haben wir da mal eine Fackel eben hin. Oh, Gold. Nice. Nehme ich auch gerne mit. Nehme ich auch gerne mit. So. Na, recht großes... Oh. Geht ja noch weiter. Vielleicht sogar schon fast das nächste vorkommt. Ich weiß nicht. Ich kenne da die Einstellung nicht. Hab gehört, man kann jetzt wohl einstellen, wie oft was vorkommt. Und auf welchen Ebenen und was weiß ich. Ja, ist okay. Lassen wir den ein bisschen rützen und lassen wir jetzt liegen. Ist nicht so schlimm. Und dann gehen wir mal zurück. Und nutzen unser wundervolles Feature, was wir uns gebaut haben in episodenlanger Arbeit. Und dann gehen wir auch in den nächsten Gang. Zack. Das Problem ist halt immer, wenn ich Level 30 verzauber, es dauert halt... Dann kann ich halt eine Verzauberung Level 30 machen. und dann ewig wieder nicht... Ich müsste eigentlich erstmal warten, bis ich Level weiß ich nicht wie viel hat. Und dann wieder verzaubern. Halbes steines Deck. Behalten wir mal. Der Rest kommt weg. Ah, Moment hier. Zack. Und nochmal die Hälfte. So, ja. So können wir es machen. So können wir es machen. Ich glaube, wir brauchen uns auch direkt nochmal zwei Eisen hacken. Weil die eine, nämlich die wir jetzt gerade nutzen, die ist gleich kaputt. Und da... Wo wir fahren, ist ja total egal. Gehen wir auch mal in irgendeinen Gang rein. Wir haben die Länge ja schon vorangefertigt quasi. Ich glaube, ich sehe auch, ob der Karte Tag oder Nacht das, ne? Oh. Ich müsste aber mal gerade... Ich muss mal gerade... Eine Sache muss ich gerade mal gucken. Und zwar in der Steuerung. Woxel, Map, Zoom, Z. Ich weiß nicht. X-Ray-Mod habe ich auch. Ja, benutze ich aber hier zumindest nicht. Und auch im Village nicht. Habe ich in Offline-Welten benutze ich das schon mal. Habt ihr gerade gesehen, deswegen kann ich jetzt ruhig sagen. Bevor ich mich jetzt eine fadenscheinige Ausrede verlasse. Ne, ähm... Was wollte ich? Ach, Z, genau. Okay, das ist zu klein. Ja, lassen wir es so. Ist gut. Steht da irgendwie dran. Ne, so lassen wir es. So ist es gut. Zoom-Faktor 1,0. Ja, genau. Das ist okay. Da ist sie auch kaputt, die Hacke. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche guten Ideen, wie man Erfahrungen sammeln kann. Oder Level sammeln kann. Fürs Verzaubern. Also wir könnten, wie gesagt, die Mobfarben, die funktionierte leider nicht. Wir könnten halt hingehen und, ähm... ...das Spawner reinstellen. Dann ist das easy peasy. Mit der Erfahrung. Weil dann prügeln wir einfach dahin, prügeln die alle weg. Und dann ist gut. Man kann sich aber auch mit Zombie-Pigman-Farmen, also eine Schweine-Männer-aus-Neter-Farm machen. Auch ganz cool, ehrlich gesagt. Wir haben ja im Village. Wenn die dann wieder eingespielt wird. Leider war da irgendwie... Da war irgendwie ein Bug mit dem Neter. Aber ich will jetzt auch nicht ewig lange vom Village erzählen. Ähm... Ja, und... Genau. Das wollte ich erzählt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh... So. Hm. Ja gut, dann pass... Was müssen wir da machen? Dann stellen wir da eine Fackel hin. Und dann machen wir hier den Gang jetzt. So. Und weiter. Ähm... Ja, und die ist mega... Mega, 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 mega... Mega... Ähm... Effizient. Da stellt man sich hin, irgendwie eine halbe Stunde hat Level 80 oder so. Das ist also richtig gut. Und man muss nichts machen. Außer einmal so ein Schweinemann. Mit einem Schneeball anschmeißen. Das ist im Prinzip schon alles, was man tun muss. Danach braucht man da nur noch stehen. Ist das ein... Komisch, irgendwie. Stein, naja. Hm. So, ist die Schafel auch kaputt. Hm, wie sieht der Stein hier komisch aus. Die Schafel ist ja auch immer für die Wege. Wir sollen ja auch noch... Mit hervorgeschlagen, dass wir noch viel, viel, viel mehr bauen. Also so eine richtige, kleine Dorfanlage. Und da braucht man natürlich dann auch viele Wege. Marktplatz. Einen Brunnen. Äh, ja gut. Einen Rathaus würde ich jetzt nicht errichten. Das hat auch irgendwie wenig Sinn, glaube ich. Aber mal gucken. Vielleicht bauen wir uns mal eine Kapelle oder so. Das wäre auch geil. Eine kleine Kapelle. Können wir dann reinigen und beten. Oder es lassen. Zack, und ja. Alles muss natürlich über Wege angeschlossen werden. Das ist doch klar. So. Ja, ansonsten. Ich glaube, diese Woche kommt auch wieder mehr von Dale. Denn der hat, ist, äh, hat, äh, Moment, jetzt. Ganz ruhig, Bram, ganz ruhig. Ordner erstmal deine Worte. Äh, der hat seine Nachtschichtwoche beendet. Genau, das wollte ich gesagt haben. Komm, hier ist doch mal mehr Eisen. Hier, kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass hier nur ein Eisen ist. What the fuck? Scheint aber tatsächlich so. Naja. Ähm, ja, Nachtschichtwoche beendet, wie gesagt. Und da müsste jetzt auch wieder mehr Zeit sein, um was zu machen. Das freut mich natürlich, denn da muss ich nicht alleine fürs Programm sorgen. LPTs sind ja leider auch ausgefallen. Zuletzt. Und ich, ich kann, ich wollte dann immer, ich dachte dann immer, komm, nimmst du alleine zum Beispiel eine Folge Village auf, weil Creativerse spielen wir ja doch immer eigentlich zusammen. Und das ist auch eigentlich ganz gut so. Aber dann dachte ich, ja komm, machst du Village, okay. Cool. Und genau dann, wenn ich es auch nehmen wollte, war immer der Server weg. Kein Scherz. Es, äh, wirklich, ist keine Ausrede. Es ist wirklich wahr. Äh, weil er im Moment hat ja viele, viele Probleme, der Server. Leider ist das so, der gute Marder, der Server-Admin-Chef-Projekt-Manager-Master-of-everything. Äh, der, äh, ach, na, sagt schon. Der hat da einiges zu tun im Moment. Und ja, schade. Deswegen muss es leider ausfallen. Ich hoffe aber, dass ich zum nächsten, wie gesagt, auch Dragon Ball Xenoverse dann bringen kann. Ich hab da mega Bock drauf. Und, äh, wenn's cool ist, wenn's wirklich cool ist und wirklich Laune macht, dann kommt da auf jeden Fall ein LP. Ansonsten kommt auf jeden Fall ein Letztest. Also, ich nehm auf jeden Fall ein paar Folgen auf. Obwohl ich's nicht, äh, ohne Let's Play wahrscheinlich zocken werde. Zumindest nicht, äh, am Anfang. Und dann, ja, mal gucken. Ich bin gespannt, also. Ich hab mega Bock drauf. Und wenn's was kann, dann wird es wahrscheinlich nicht täglich kommen. Aber vielleicht dreimal die Woche auch. Oder jeden zweiten Tag. Mal schauen. Weil, äh, das Minecraft Daily auf ne Dosis zu setzen, die nicht mehr Daily ist, ist irgendwie sinnfrei, glaub ich. Weil das heißt ja schon Minecraft Daily und dann wär's ja nicht mehr Daily. Und, naja, ihr wisst, was ich meine. Ihr versteht mich, Freunde. Also, ich könnte nochmal hier da so ne Fackel hinklatschen, oder? So. Ach, guckt mal an. Endlich mal wieder Dias. Hat man jetzt tatsächlich aber auch lange nicht mehr. Und die hätten wir sogar von den beiden Gängen rausgefunden. So. Sehr schön. Lass mich da mal die Fackel hinklatschen. Und dann geh mal raus. Oh, wir sind ja schon weit. Wir sind jetzt unterm Haus schon angekommen. Weiß jetzt nicht, wie viele Blöcke es waren, aber ist schon ganz... Ne, gar nicht wahr. Nicht unterm Haus, unter der Mobfarm. Unter der Mobfarm sind wir angekommen. So, Redstone, Steine, Diorit, Dinger, Dingels, Dongels, Dongels und Dingels. Und dann machen wir mal einen Abflug hier. Hüpp. Und dann müssen wir mal überlegen, was wir beim nächsten Mal machen. Denn, ähm, ja. Hm. Mir fehlen, ehrlich gesagt, noch ein bisschen Ideen für die Bauwerke. Und deswegen habe ich auch gerne diese Farbenfolge hier mal eingebaut, obwohl ich ja Farben auch aufs Spiel machen könnte. Das war ja jetzt nichts Spektakuläres. Aber okay. Grüß dich, Katze. So, und hier ist dann unsere Kiste. in der viel zu wenig Sachen sind. Hach. Ich habe doch viel mehr unten eingeschmissen. Was ist der ganze Mist denn, bitte? Hm. Sehr enttäuschend. Naja, ich werde mir das mal angucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Minecraft-Weddy mit dem Rennen. Und bis dahin, alles Gute. Und tschüss.